Heinrich lebt nun mit beiden Frauen unter einem Dach. Sie begegnen sich permanent, was natürlich an Anne nagt. Es klingt zwar unglaublich, aber Katharina, Anne und Heinrich haben tatsächlich miteinander Karten gespielt. Die Stimme muss vergiftet gewesen sein. Katharina sieht Anne hasserfüllt an. Heinrich genießt das Ganze vermutlich. Und Anne sieht die Sache eher positiv als Herausforderung. Sie hat sicherlich gefühlt die Herausforderung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.